heute wieder hier am start und heute machen wir die tour durch san andreas das bedeutet wir fahren an mehreren orten durch san andreas mit diesem geilen bus und ja es wird ziemlich nice die route ist doch etwas lang ja und ja nur kurze info dieses video wird in zeitraffer sein und es wird wahrscheinlich nicht allzu lange dauern ich hoffe euch gefällt dieses format und kommentiert und abonniert für mehrere parts von tour des san andreas und ich würde sagen los geht's so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020